Ich hasse dich. Ich hasse dich. Wie ich ihn umbringen könnte. Wie ich ihn umbringen könnte. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Mit dem Nils, wie man hört. Ne, ne, es ist nicht der Nils. Der hat ein scheiß Mikro. Und wir spielen mal endlich wieder MW2. Das ist schon lange, lange her. Das ist, ich bin nicht Nils. Nils hat ein scheiß Mikro. Das kann gar nicht sein. Ne, stimmt. Also Nils hat sein Mikro wieder gekriegt. Und stinkt hart nach Backfisch. Ich bin richtig gut in dem Spiel. Also muss man einfach sagen. Ich bin Profi. Geh mal weg da. Mama, wo ist die Tomatensuppe? Na? Das gibt's nicht. Ich hab dich geklettert. Das gibt's nicht. Was? Bitte ist es im Replay. Brammen. Alter. Deluxe. Das gibt's nicht, oder? Deluxe. Deluxe. Jo, wahrscheinlich. Was? Okay. Wie geil war das? Was du im Video abgeholt hast, find ich auch geil, ne? Ich hätte dich davor töten müssen, einfach. Jetzt, Mama, wir nehmen gerade auf. Ja. Ja, Mama. Das gibt's nicht. Sag mal, wie scheiße bist du. Ja, okay. Ich war die ganze Zeit, nee. Nee, das glaube ich nicht. Sag mal, wie scheiße bist du eigentlich. Was war das denn? So, erst mal Klasse ändern. Also, man muss schon sagen, wir sind voll in Übung. Wir sind richtig in Übung. Ich meine, wir spielen es ja auch jeden Tag. Und da ist ja klar, dass man in Übung ist. Gil auf einem neuen Niveau? Genau. Ich bin der Letzte? Scheiße. Fuck, ich bin der Letzte. Ja, das ist klar, dass ich es verloren habe eigentlich. Mama, Mama, Mama. Nein. 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 Sag mal, wie scheiße bist du. Ey, ich konnte nicht mehr da raus, gell? Ich konnte nicht mehr raus. Ich war da hinter, hinter den Fressern. Und ich hab das getroffen, oder wie? Ja, und ich konnte nicht mehr raus. Ich hab das getroffen. Ja. Alter, wie scheiße, Mann. Ich hab vom Bottich oben, hab ich einfach mal überall hingeschossen. Alter, war das schlicht. Ich wusste, dass du da hinten hockst. Ich wusste, dass du da hinten hockst, Mama. Ach, Mann. Du hast gerade noch 12-0 gewonnen gegen Nils, ne? Ja, ja. Und jetzt kommt sowas. Das ist echt bitter. 12-0. Ich glaube, das war 13-0, oder? Ja, das war echt 12-0. Ich muss jetzt lügen, damit ich besser dastehe. Ach, Mama, wo ist der? Es war wirklich 23-0, glaube ich. 23-0? Ist doch praktisch 5, oder? Ich meine, wenn du die Wurzel draus ziehst. Naja, das ist nicht so überragend. Nicht so. Hm. Willst du mich verarschen? Ich seh dich nicht, aber... Du warst ja voll drauf. Ja, ich war schon drauf. Zack. Du weißt, was das war. Das war dein Schwanz, den du gegen den Tisch geknallt hast. Hast du? Ich bin fassungslos. Der Hundensäckbombe entschärft. Du bist fassungslos. Ich bin fassungslos. Hast du dann eine Fassung, die du loswerden willst, oder? Oder wie ist das dann? Alter, ich glaube, ich habe einen Pferdekuchen, Apfel gegessen. Schuss. Ach, wo bist du denn jetzt? Bist du dumm? Bin... Du, ich... Bist du... Hä? What the fuck? Bist du... Du, ich... Bist du... Hä? Bist du... Hä? What the fuck? Jo. Du warst ja... Mein Fuß. Aua. Alter, voll mein Fuß. Kaputt geschossen. Ja, ich meine, das stirbt, man. Ohne Witz. Ohne Witz. Weißt du, ich habe dich wieder nicht gesehen. Ja, ist echt so. Total logisch. Ja, ich habe... Ich meine, mein Skin ist ja unsichtbar. Das wissen ja manche nicht. Und deshalb schwert es halt ein bisschen. Alter, ich muss leiser sein. Das hilft nicht, wenn ich auf den Tisch klopp. Weißt du, mit der OMP ist schon krass, ne? So abartig. So abartig, Mama. Ich habe keine einzige OMP-Klassiker. Was? Die hat man doch immer. Mhm. Mhm. Aber ich versuche jetzt mal mein Glück mit der Fahras. Geht nicht anders. Ja, mit der Fahras. Mit der Fahras. Ach, wo bist du denn schon wieder? Läuft einfach nicht. Läuft nicht? Nee. Alter. Mama. So ein Spast. ich gerade in dem moment du hast so ein glück wie ich gerade in dem moment auf dieses tic ja ist echt so ja guck wie ich in dem moment nichts macht bist du ein locker ein ja ich bin einfach leute bitte flammt mich leute ich bin ein lacher sami kotzt so an manchmal alter bin ich geflasht alter fahrer übel ich krasse na bin ich hinter dir na bin ich hinter dir mama nö bist du eigentlich gar nicht lustig boah pass mal auf wie ich hab mir so verkniffen zu schießen ne ja boah ich bin jetzt umgedreht und gemessert ey ich hätte es mir gefeiert dann hätte ich aber dann hätte ich glaube ich alt 4 gedrückt ohne scheiß ja schon alt 4 vor allem alt 4 na plant ist sie bei a nö blend gleich bei b ohne witz ich sehe dich nicht aber du siehst mich wie logisch ist das denn ich bin gerade durch das durch die öffnung ja eben deswegen habe ich da hingezielt ich habe dich nicht gesehen ich habe da hingezielt was bist denn du weiner ohne witz ich nehme ich nehme das nächste match auf wenn die exe funktionieren würde würdet ihr es ja sehen ja ok alles klar ist das so ist das so oder oder ja ist das so oh sami halt's maul oh sami halt's maul na hockst du wieder oben auf dein bottig na hockst du oben wieder auf dein bottig mama mama wo ist die salatschüssel lol boah bin ich scheiße ne wie lange ich gebraucht habe um dich zu sehen dass du mich nicht gesehen hast ach ich dachte du wärst im cockpit drin Junge wie dumm bist du eigentlich ja ich wusste nicht ob du da wirklich drin bist ich wusste nicht papa das ist trotzdem obwohl ich so scheiße spiel 5 zu 5 steht ne ist echt krass ne das müsste dir eigentlich echt mega peinlich sein Junge ich bin auch nicht gerade in der Übung ich hab dich noch getroffen du spaßt gibt's net na Pferdekuchenapfel du willst mich verarschen wieso warst du eigentlich nicht geflasht ich war geflasht bissel Pupp nicht dein Ernst was denn ich hatte keinen Sinntext ich hasse dich ich hasse dich wie ich ihn umbringen könnte wie ich ihn umbringen könnte wahaha ach schön hihihi 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 spannt ihr auch so netze oder oder hihihi 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 na hast du mich gesehen naaa hihihi 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 da wird dir der Hund in der Mama verrückt lol nein das hatte ich das hatte ich wollte schon sagen das kill dich nicht das war gerade die nubigste aktion die ich mir ja jemals runter gesprungen ich wurde gelaufen alter das war echt das nubigste also ich jemals gemacht habe also so schlecht war es ja noch nie da wird ja der klon der handel zurück penis der junge alter wo bist du denn mama weißt wie ich treffe und trotzdem nicht kill na ja das ist halt die farm hast du schon warte jetzt aber willst du mich verarschen alter hals schön kaum wie ich an mich halt oder du nirs kann es sein dass du gerade ein bisschen schlecht ist sechs zu sieben nennst du für mich ein bisschen schlecht ja das ist echt schlecht das kann ich glatt glatt ins grab schaufel du also für mich ist es unsensibel lol wo ist er denn da alter wo bist du du kämpfst immer wenn du sowas hast kämpfst du ok dann ich hasse dich ich hasse dich so unendlich ja ist die drohne wieder weg jo wie ist die zeit wird knapp ne dann plant doch mal bei a ja ok warte ja ja 3 4 4 5 5 6 7 8 wo warst du denn Junge dann die Jörg explodieren so Fässer ich sterb dadurch nicht das darf man super ohne Scheiß da ist ein T-T-Fass um das ist so eine Pappwand Mama Alter sie geflasht, he? komm mein Mauskabel warte ganz kurz Mauskabel richten na? Schnauzebärchen gibt es nicht Mama Alter wie ich geflasht war und mein Mauskabel hat sich grad in dem Moment verheddert ja genau mein Mauskabel ja pass mal auf wie es jetzt stockt wie es jetzt stockt ach schön ich war aber voll drauf ne komm ich ende mal wieder meine 7 zu 8 sag mir du solltest dich echt schämen ja komm also erste Runde noch was weiß ich wie lange sorry das ist echt zum schämen ja das ist echt so dass du dich selber sagst so ja ist aber so ja ist aber so ja ist aber so ja ist aber so äh mich kriegst du nicht mehr wieder ja Peter dieser 54er Magnum mit Taktikmesser hasse dich hasse dich ich hab meine Hand schon übrigens auf dem Aus klopfen ne Sammy ich halt nicht mehr viel aus tut mir leid ich halt nicht mehr viel aus glaub ich probier mal ein paar Waffen aus ach hm 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 GO ja ok ok Wie hast du mich durch die zerschossene Scheibe denn gesehen? Zerschossene Scheibe... Wir müssen mal so was machen, dass ich mich nicht aufregen darf und immer nett sein müsste oder so. Machen wir als Folge 100 oder Folge 1000 Special. Genau, als Special, genau. Als Special rege ich mich mal nicht auf. Favorisiere das Video, weil ich mich heute mal nicht aufgeregt habe. Ohne Scheiß. Das war ganz klar Headshot. So einfach. Ohne Scheiß. Ein paar Waffen kann ich noch ausprobieren. Ist ja nur noch ein Punkt. Suchen und zerstören. Ziel zerstören. Bombe aufgenommen. Wir haben die Bombe. Bibi, Bibi, Bibi. Nee, du wirst gleich sterben. Ja. Gut love, meine lieben Freunde. 12 zu 7. Ist echt bitter für mich, das muss ich sagen. Ja, er sagt gar nichts mehr dazu, weil die Verbindung abgebrochen ist. Was relativ gut ist. Äh... Ja, gebt ihm das Video ein Däubchen hoch. Die erste Runde seit 8 Monaten wieder. Und... Ansonsten... Macht's gut, haut rein, bis nachher. Tschüss. User in your channel, time down.